Wir fragen uns, würde man die Ex-Kanzlerin auf einem Bild aus ihren Anfängen erkennen? Wer ist das? Schon mal gesehen? Wer ist der Herr Haber-Kerkeling? Wie bitte? Kanzlerin Merkel ist gerade einmal ein paar Stunden aus dem Amt und schon wird sie nicht mehr erkannt? Was könnte die beruflich machen? Irgendwas in Richtung Investment. Investment? Was glaubst du, André, in was investiert die Dame? Vielleicht ein Start-up-Unternehmen oder sowas? Ein Start-up-Unternehmen. Also hätte ich jetzt gedacht, das erinnert mich ein bisschen an Höhle der Löwen, diese Serie. Jo, so eine Art Königin war sie auch. Sie müssen lachen, oder? Ah, das ist Deutschland.